Moin, hier sind wir bei einem Matt's Play. Hier ist Matt, der ganze Schattel schon präsentiert, wie immer, von AACS.lo All About Computer Solutions. Alles wird los für Internet-Hosting an Computern. Also, ich habe schon gesagt, ich mache jetzt eine Bonus-Mission. Respektiv, nach der Anemission. Ja, Flammer frei mal durch, mit AACS zu kreieren. Und hoffen wir, dass man nicht all zu viel kämpfen muss, weil schon im Schnitt viel Lust darüber. Obwohl, die heute braucht man einen Grün. Dann kommen wir direkt hin. 20 Stück. Und noch mal schon 25. Ich sehe schon der 5. von 25. Ja. Und dann geht der 2 da. Jo, ähm, ich habe vorhin den, zum Beispiel Ming-Ming-Sendungen halt guckt. Und, äh, ich hoffe, dass es immer mehr geht und dass es zu viele wie Mädels sind. Das wird die Frieren sich wünscht wahrscheinlich. Weiß auch. Aber, ihr guckt, ihr guckt. Das müssen wir spezielle Entscheidungen machen. Das sind die großen Maßnahmen. Ähm, kann ich dir aber zwar etwas empfehlen. Wenn, wen auch relativ, äh, labbert Spiele steht. Wie ihr scheint es so zu machen. Dann, äh, guckt ihr einfach mal, ähm, Supergames TV. Das ist auch auf Youtube, wie ihr da seid. Und dann, äh, Balo. Ähm, ähm, äh, auch was gilt und andere geht hier. Das ist mein Venient, mein Drunken, ähm, ähm, Mpox. Guck ich aktuell auch mal durch. Das ist wirklich eine geile, geile Serie als das, äh zu suchen. Die, ich will auch so, bis man auch in Letzplayern, äh, relativ derb zu sagen. Vond ich total cool gemacht. Und, wie gesagt, könnt ihr erst mal so auch gucken. Ähm, wann der sich interessiert. Also, ich zocke W.O.W. Ich habe schon eine Zeit auch W.O.W. gezockt. Die W.O.W. hat ja nämlich Menges vertaut. Auch geht. Aber, das, das relativ gut gemacht. Das auf Deutsch. Und, ja. Ich finde ihn besser, wie oft oder lang. Wie auch W.O.W. gespielt wird. Und die M.O.W. kennen. Also. Da weiß ich ja schon mal nach dem Datacron. Das ist, äh, da muss ich ja schon mal nach dem Neck. Also, verschiedene Leute haben schon geschnitten. Aber, äh, die sind eigentlich kein Wert. Weil es relativ fix geht für Europa. Ähm. Ähm. Da hab ich noch, äh, geguckt. Ich hab noch gerade so ein klein paar, äh, ein Pause gemacht. Du hattest geguckt, um, äh, äh, bei heißt es Natacron, tschüss. Um, äh, Internet. Du hattens, äh, neue Sache gewissen von Star Wars. Wann das heute rauskommt, dann ist das alles schon up to date. Du hattest dann, ähm, ein Erfolgssystem. Das, äh, wahrscheinlich aufgeguckt für W.W. Nicht wahrscheinlich auch so aufgeguckt. Sind zwar gespannt wie das ist. Da werden da viel Erfolge kommen. Kannst du da durch eventuell vielleicht eh nur zwei Let's Play speziell machen. Mit verschiedenen Erfolgen. Das, das, das immer alles. Dann kann es ihnen, dass du ein Gabs zwischendurch. Rogge schneiden könnt. Ja. Also. In Datacron haben wir ja schon mit. Da gehen wir noch einmal um weiterzugreifen. Die meisten stoppen. Ja, mein, mein Jedi da. Das ist nicht gerade. Gut, als Tank, wie man gesehen. Schlafen. Ich hab einfach greife gelost vom Geiger. Ja. Und dann geht mal noch weiter. Nur Elashka, wo ich hoi war. Du hattest schon ein bisschen langscht. Alles geämnete. Weil du, das hier vielleicht immer wie war. Du musst, du musst, du bist gestört. Du bist. Das geht, das mir fix. Was du auch gut. die gesicht bonus mission an engels und ist dann nach feuersteck relativ fix gegen die mat los mal einfach nicht verkommen das in immun ausgehend gedankenkontrolle einen kleinen zeit schon so viel muss ich so gut malo schwere rüstung uninteressant ja dann ist man so gut an diese stelle mich noch das und wer kennt der e-schutz da können so du geschieht dann noch mal die kostung ledig und guck mal ab dort und hol mal also schnell reise system für raus dann gehe ich nach die questendorf holen neuer und dann gibt es unter wahren auch das schon für die session geht auch schon viel gewarnt hat nicht verwirren mit dem du denn da sie eben eben schnitt und wollen ja ihr wirst entstehen holen ja das wird in der mutter weiter und auch schon cool dass den dotern und schon an kohlen ja mit der erweiterung dof sie machen du könnt an erfolg system dass du damit sagt wie dansen man dann im exy greck du musst sammeln du musst du sammeln wahrscheinlich an das muss er beruf auf maximum bringen so sachen dann auch interessant so gucken wir mal weiter geht es hoffen dass das eventuell bleibt mit animiert zum spielen das gibt mir freuen auch nicht so viel von schrift so können schnacht man da geht noch gekillt wieso ja und der kreisdorf doch schnell ja genau gut ja das luft auf den ging links ihr länger sagt Ach, keine Ahnung, vielleicht. Ja, sicher. Ich entschuldige mich, dass ich so schnell weiter drücke. Die Geschichte geht mal so etwas von der Geschichte. Also, da müssen wir nach oben auf die Quest gehen. Und dann innen können wir direkt eine Weiterführung von der Quest gehen. Und die Quest gehen dann noch auf. Und dann ist das dann auch fertig. Also, du... Ui, 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 nice shit. Entschuldige mich, ich weiß nicht. Ja, dann machen wir die dritte. Ja, und dann müssen wir uns auf die Quest gehen. Das wird für das Jahr. Ja, dann... Dann... ... ...